Herzlich Willkommen auf HipHop.de, herzlich Willkommen bei OnPoint. Mein Name ist Aria, ihr wisst ja Bescheid, normalerweise jede Woche Montag OnPoint. Das hier ist so eine Art Spezialausgabe von OnPoint, denn es gibt ein geiles Thema, wo wir mitmachen, was ich begleiten möchte, gerne mit OnPoint, mit euch zusammen, ja, ein bisschen besprechen möchte, denn es gibt ein neues Battle-Turnier im Lande, ja, jetzt schon seit ein paar Wochen. PA Sports hat es angekündigt, vor einem Jahr, Life is Battle Area ist jetzt online, ist jetzt, glaube ich, in der sechsten Woche, sechste Runde gerade der Qualifikation. In ein paar Wochen, wenn die Qualifikationen vorbei sind, fängt es dann richtig an mit Achtelfinale oder, weiß ich nicht, Viertelfinale und so weiter und so fort. Bisher gibt es in jeder Runde vier Teilnehmer, von denen sich drei qualifizieren, einer fliegt raus, ja, das Voting zu jeder Runde findet auf hiphop.de statt, wir sind Partner von dem ganzen Turnier, deswegen natürlich logisch, dass ich mich hinsetze und ein bisschen mit dem Turnier auseinandersetze und euch sage, welchen der Teilnehmer ich geil fand, welchen ich vielleicht nicht so überzeugend fand, der jetzt weitergekommen ist, wie ich die Chancen, dass er heute, ja, doch jetzt recht früh im Turnier auf einen Turniersieg sehe. Ja, kurz vielleicht zum Turnier, bevor wir reinspringen quasi in die Bewertung der Teilnehmer, natürlich noch ein Video-Battle-Turnier, denkt man sich nach dem VBT, nach dem Julien's-Block-Battle und so weiter und so fort. Das war ja auch hier eine direkte Antwort an Julian von PA sozusagen, ja. Warum ich über dieses Turnier überhaupt rede, ist, weil, äh, weil der Bob-Day Partner ist natürlich, nein. Dass wir überhaupt erst Partner sind, hat einen Grund, weil wir davon ausgehen, dass dieses Battle-Turnier, weil es von einem Rapper für einen Rapper ist, am allerbesten das repräsentieren kann, was ein authentisches Battle-Rap-Turnier sein kann oder dem am nächsten kommt. Außerdem, ich persönlich finde auch die Bewertungsstruktur jetzt in den Qualifikationsrunden, aber auch darüber hinaus, später werdet ihr ja merken, wie das alles funktioniert, äh, sehr sinnvoll. Ja, das ist nicht nur eine Person, die da entscheidet, wer weiterkommt, wie vielleicht in den anderen Turnieren. Es ist nicht nur Voting, ja, sobald wir aus der Qualifikation raus sind, kommen da noch andere Faktoren dazu. Äh, das finde ich sehr, sehr interessant und finde ich auch sehr logisch. Deswegen bin ich von Anfang an so recht überzeugt gewesen von diesem Turnier. Aber so viel dazu, ja, steigen wir mal direkt ein in die Runde 1, womit das Turnier begonnen hat. Ich werde versuchen, sobald ich über eine Runde rede, das sind jetzt 5 Runden, über die ich konkret reden werde, die 6. hat gerade heute angefangen, falls ihr das jetzt am Freitag seht, dann hat es gestern angefangen. Äh, ihr könnt weiterhin voten für Runde 6. Ich werde versuchen, bei jeder Runde hier unten reinzuschreiben, wie das Voting gelaufen ist. Ja, das Voting ist ausschlaggebend in dieser Runde, ja, in dieser Qualifikationsrunde. Der Letztplatzierte, der Viertplatzierte fliegt raus, ist dann nicht mehr mit dem Turnier dabei. Die ersten 3 sind weiter, ist also quasi, so gesehen, erstmal egal, ob du Dritter oder Erster bist, außer, dass natürlich deine Leistung dadurch bewertet wird. Dann werde ich hinschreiben, wie P.A. seine Favoriten geordnet hat, ja, er hat auch zu jeder Runde gesagt, ey, den sehe ich auf 1, 2, 3, 4. Und dann werde ich noch meine Liste aufschreiben, hier, wen ich auf 1 bis 4 sehe. Ich werde nicht auf jeden Künstler eingehen, ja, ich werde schon gar nicht auf die Leute eingehen, die ausgeschieden sind, so, die sind jetzt raus, was soll man jetzt großartig drüber reden. Wobei, an einem Punkt gibt es tatsächlich was drüber zu reden. Hat P.A. auch gemacht, werde ich auch machen, sehe ich ähnlich wie er, kann ich schon mal hier vorwegnehmen. Aber ich werde mir pro Runde so 1, 2 Leute raussuchen, die es, finde ich, wert sind, darüber zu sprechen und so ein bisschen eine kleine Einschätzung zu geben über die Runde 1 bis jetzt fast der deutlichste Voting-Sieg im ganzen Turnier, Nassib, ja, mit fast 64%, glaube ich, ja, ein sehr, sehr starker Beginn ins Turnier, muss man wirklich sagen, ja, ist ganz klar verdient weitergekommen, auch auf der 1 in der Runde, finde ich. Hat P.A. genauso gesehen, hat das Voting auch so gesehen, ich packe ihn auch auf Platz 1. Es ist ein kurzer Song, muss man sagen, ja, ist 1,5 Minuten oder so, aber er konzentriert sich auf das, was er gut kann. Und das ist wichtig, ja, statt dass du hier in einem Song, mit dem du in einem Turnier teilnimmst, ja, deine Schwächen präsentierst, was gar keinen Sinn hat, konzentrier dich lieber auf das, was du sehr, sehr gut kannst und das war ein gutes Rezept auch für einige andere in diesem Turnier. Ich finde, er hat einen sehr starken Flow, das zeigt er, das ist sehr on point, ja, er weiß sehr gut mit seiner Stimme schon umzugehen und insgesamt war das ein rundes, stellenweise simples Gesamtpaket, ja, das Video war zum Beispiel sehr simpel, aber sah auch wiederum sehr gut aus, ja, also anstatt sich da in was zu stürzen und zu sagen, ey, ich mache jetzt einen 4-Minuten-Song, ich mache jetzt so ein Video und blabiblub und das geht alles in die Hose, davon gab es auch Leute, hat sich Nassib dazu entschieden, es alles simpel zu halten, ja, oder auf dem Level zu halten, wo er sich sehr, sehr gut auskennt. Und das hat phänomenal für ihn funktioniert in der ersten Runde, wir kommen später nochmal auf ihn zurück, wenn ich so alle Künstler irgendwie so ein bisschen ranke und sage, wer für mich bis jetzt Turnier-Favorit ist, aber den können wir schon mal im Auge behalten. Ja, zweiter Platz für mich und auch im Voting und auch für Pia, ja, ich glaube, wir drei haben alle die gleiche Liste in dieser Runde gehabt, Hydrogen, ja, deutlich lyrischer als Nassib, das muss man dazu sagen, ja, Nassib war dafür viel musikalischer. Vielleicht ist das ein Vorteil für Hydrogen, ja, wenn man betrachtet, dass das natürlich zum Battle-Turnier wird, dass du dann direkt gegen einen Gegner battle musst, könnte das ein Vorteil für Hydrogen sein, in den nächsten Runden dann doch eine bessere Chance zu haben als Nassib. Nichtsdestotrotz, der Song ist natürlich, der liegt deutlich weiter hinten gegen Nassib. Dritter Platz André, vierter Platz völlig zu Recht ausgeschieden, Arthur hat jeder von uns auch genauso gesehen. Kommen wir weiter zur zweiten Runde. Denn da gibt es eine kleine Überraschung, ja, im Voting wurde Twizy, Kollege von Punch Arroganz, erster. Ich glaube, Pia und ich haben das allerdings ähnlich gesehen, denn ich finde, Casablanca ist der stärkste gewesen in Runde 2. Ja, lustigerweise im Voting sogar auf Platz 3 nur gelandet, hinter Jemmo, den ich genauso wie Pia auf Platz 3 packe. Ich finde, Jemmo, die Attitüde ist so ein bisschen außer Zeit gefallen. Das war so ein überhartes, krampfhaft hartes Ding, ja, dem hätte ein bisschen Lockerheit, bisschen Humor. Gut getan, finde ich. Twizy auch so ein kleines bisschen ähnlich, ja, also mir hat ein bisschen das eigene bei Twizy gefehlt. Der Flo hat mich stellenweise an K1 erinnert. Er ist ganz klar ein Battle-Typ, ja, also er wird sich vielleicht in der nächsten Runde viel wohler fühlen als jetzt. Er hat auch zwischendurch Disse verteilt an unterschiedliche Rapper, die jetzt in dieser Phase des Battles noch keinen richtigen Sinn gemacht haben. Man hat also gemerkt, okay, auf Song-Ebene wird das vielleicht hier nicht der ganz große Wurf für Twizy, aber auf Battle-Ebene könnte er noch recht gefährlich werden. Zumal ich das hier jetzt ein bisschen fragwürdig fand, das Intro und die Hook von dem ganzen Ding kam von Punch-Arroganz, ja. Also ich glaube, kein anderer Act hier in dem Turnier, es gab eine Gruppe, aber kein anderer Act hat sich noch einen fremden Act auf seine Quali-Runde dazugeholt. Das gibt für mich definitiv Minuspunkte so. Nicht falsch verstehen, das Gesamtding ist schon stabil, aber ich denke, in einer anderen Runde wäre es für ihn noch einen Ticken schwieriger geworden, auf Platz 2 zu kommen, wo er jetzt bei mir momentan steht. Auf Platz 1, wie gesagt, Casablanca ist für mich am authentischsten in dieser Runde gewesen, am wenigsten auch verkrampft von den vier Leuten. War wirklich solide, waren keine krassen Lines dabei, aber ich muss generell sagen, dass ich Runde 2 für keine starke Runde hielt. Ja, also das war, denke ich, bis jetzt die schwächste Runde, würde ich so sagen, also von Runde 1 bis 5 war Runde 2 wahrscheinlich das, wo du am einfachsten weitergekommen bist. Und auch der Letztplatzierte war hier deutlich, also vielleicht der schlechteste Teilnehmer überhaupt im gesamten Feld, würde ich sagen. Kommen wir zur Runde 3, denn da gibt es beim Sieger eigentlich keine zwei Meinungen, ja. Voting, PA und ich sehen Ultra 83, Ultra 8,3 auf Platz 1, ja, doch sehr, sehr solide gewesen. Er weiß auf jeden Fall, was er macht, ja, das ist natürlich sehr wichtig, wie ich vorhin gesagt habe. Also das hat mir bei Twizy so ein bisschen gefehlt, das hat mir bei dem einen oder anderen im gesamten Turnier gefehlt. Aber Ultra weiß auf jeden Fall, wo seine Stärken liegen. Das könnte auch im weiteren Verlauf dann sehr, sehr wichtig zu sein. Zumal ich finde, dass seine ganzen Attribute, also Stimme, Flow, Delivery, auch gut in einen Battle, auch gut in eine Battle-Runde passen werden. Allerdings, und dann kommen wir zu dem kleinen Eklat, den PA selber in seinem Turnier ausgelöst hat. Durch das Voting ist der gute Chivo, glaube ich, so wird er ausgesprochen, rausgeflogen auf den vierten Platz, was PA nicht so gesehen hat. Er hat Chivo auf Platz 2 gesehen, ich ebenfalls, ja, vielleicht sogar, also in einer anderen Runde wäre er vielleicht sogar auf 1 gelandet. Ich will damit nicht sagen, dass er jetzt übertrieben krass war, aber er war definitiv, finde ich, besser als JNH und er war für mich auch definitiv besser als Batasmo. Ja, Batasmo war für mich doch eine recht langweilige Runde, auch wenn es handwerklich und flowtechnisch sauberer war als das, was JNH gemacht hat. Also, sein Flow ist all over the place, ja, außer auf dem Beat, ja, super Offbeat, super überfordert mit dem Beat. Trotzdem fand ich das Gesamtpaket irgendwie mit Video und was er da versucht hat zu machen, ein Ticken interessanter als Batasmo. Ich hätte JNH weitergelassen, der ist ja jetzt auch tatsächlich weiter, obwohl PA gesagt hat, ey, wir machen nochmal Voting, JNH oder Chivo, ja. Und er hat trotzdem das Voting gewonnen, JNH ist jetzt weiter, Batasmo ist auch weiter, den hätte ich jetzt rausfliegen lassen. Und Chivo ist krasserweise, sowohl PA als auch ich sehen ihn auf dem zweiten Platz, ist krasserweise durch das Voting rausgeflogen. Da ist es dann wahrscheinlich daran gescheitert, einfach Votes zu sammeln, Votes zu mobilisieren. Aber ich bin mir recht sicher, dass wenn JNH sich nicht raptechnisch steigert, dass er eher Kanonenfutter in den nächsten Runden sein wird für seinen Gegner. Kommen wir mal zur Runde Nummer 4. Runde Nummer 4 deutlich gewonnen von der Mason Family, auch bei PA auf Platz 1. Für mich stehen die Mason-Jungs auf Platz 2. Trotzdem, ich fand, dass das Gesamtpaket ja schon extrem überzeugend war, ja, mit den Masken, mit dem ganzen Auftreten. Ich meine, so ein kleines bisschen kennt man die Mason Family natürlich auch soundtechnisch. Eher traditionell, trotzdem stabil. Ich fand genauso wie PA auch, dass der erste Rapper mit der tiefen Stimme die geilste Delivery hat, die geilste Stimme, geilsten Flow. Also der ist definitiv so der Top Dog aus dieser Gruppe meines Erachtens. Das dürfte auch aufgrund der Inszenierung und aufgrund der Härte, wie die die da so an den Tag legen, in einer Battle-Runde noch besser funktionieren als hier. Die haben schon, kann man sagen, verdient gewonnen. Ja, habe ich überhaupt nichts dagegen. Mein Favorit in der Runde wäre aber trotzdem R.U.D., ja, der hier auf dem zweiten Platz gelandet ist beim Voting. Und bei PA, ich finde, seine Stimme war immer noch die beste hier in der vierten Runde. Er hat so einen Kratzen in der Stimme, was denke ich auch live in der allerallerletzten Runde im Finale quasi wichtig sein könnte. Ansonsten hat er eine extrem angenehme Mischung zwischen Autotune und unbearbeiteter Stimme gefunden. Hat das so immer auch ein bisschen aufeinandergelegt und so. Das war schon vom Song her und von der Struktur her mit so das Beste, was es bis jetzt im Turnier gab. Insgesamt war das eine sehr ambivalente Runde vier, ja. Zwei sehr starke Acts, R.U.D. und Mason Family, die hätten beide auf eins sein können, meiner Meinung nach. Und zwei extrem schlechte Acts, finde ich, ja, die beide eigentlich rausfliegen müssten. Ja, wenn du siehst, dass Chivo rausfliegt zum Beispiel und dann kommt einer von den beiden Memo und Teo, Teo glaube ich heißt er, weiter. Ich glaube, Teo ist rausgeflogen, den würde ich auch noch einen Ticken schlechter sehen als Memo. Aber ich glaube wirklich, dass Memo hier nicht lange in diesem Turnier aushalten wird. PA hat das andersrum gesehen, wie gesagt, ich finde das ein bisschen austauschbar. Die erste Hälfte Runde vier sehr stark, zweite Hälfte Runde vier extrem abgefallen. Um dann zur Runde fünf zu kommen, die diese Woche aufgelöst wurde, welcher Rapper jetzt nicht mehr dabei ist. Sinjas ist rausgeflogen mit knapp vier Prozent der Stimmen weitergekommen auf Platz eins. Siva, 44 Prozent, ja, interessant. Ich fand seinen Song in Ordnung, war eine gute Delivery. Die Optik war interessant, er bringt als Tamile nochmal eine neue Note rein, die es sonst so nicht gibt im Turnier und auch generell im Deutschrap-Game nicht so häufig. Die pointierten Lines haben mir allerdings gefehlt. Was es bei einem anderen Teilnehmer in dieser Runde zuhauf gab, und zwar Hexer. Ja, Hexer ist für mich bis jetzt der lyrischste, mit Abstand lyrischste Teilnehmer im ganzen Turnier. Vielleicht der allerstärkste Battle-Rapper in diesem ganzen Turnier auch. Also wie er allein schon Zusammenhänge gerhymt hat und Deutschrap an sich analysiert hat und auseinandergenommen hat. Das wird, denke ich, extrem gefährlich für seinen Gegner in der nächsten Runde. Er ist zwar ein bisschen unmusikalischer als vielleicht seine Konkurrenten, aber ich glaube, der hat die Nase vorn und ich glaube, also so auf Battle-Ebene wird der auch fast jeden in diesem Turnier auffressen, außer da passiert irgendwas Außergewöhnliches. Also wenn sein Gegner so ein bisschen crazy ist, wie jetzt vielleicht die Mason-Family, dann könnte es ein kleines bisschen schwierig werden. Ansonsten sehe ich Hexer hier ganz, ganz weit ins Turnier voranschreiten, falls ihm seine fehlende Musikalität kein Bein stellen sollte in den kommenden Runden. Er hätte jetzt hier aber mit 36% auch deutlich weitergekommen. Platz 3, Kaliber im Voting sehe ich persönlich auf Platz 2. Ist schon sehr stark angelehnt an SEO, aber dennoch orientierte Delivery, das was auch SEO gewissermaßen ausmacht. Da muss noch ein bisschen an den Lines gearbeitet werden, beziehungsweise das muss man dann nochmal im Battle-Kontext sich anschauen. Aber sehr viel Potenzial für lyrische Delivery. Das wird eben spannend in den nächsten Runden, wie die Leute, die hier auf Autotune ihre Punkte gesammelt haben und weitergekommen sind, wie die das übersetzen können in einen Battle-Kontext. Andererseits wird es interessant sein zu sehen, wie die ganzen harten Rapper, beispielsweise Runde 6, auf die werde ich jetzt nicht komplett eingehen, weil da auch noch keine PA-Ergebnisse sind und auch keine Voting-Ergebnisse. Da will ich nicht zu viel beeinflussen. Aber ich fand zum Beispiel Swenovic einer der zwei Besten aus der Runde. Ja, sehr, sehr harte Inszenierung. Aber das kommt okay. Ich glaube, er wird das Turnier nicht gewinnen. Er ist jetzt kein Top-Favorit auf den Sieg, aber ich glaube, er kann so den einen oder anderen aus diesem Turnier easy rauswerfen. Allein schon mit seiner harten Inszenierung und dieser Konsequenz, die er an den Tag legt. Und das wird halt eben auch auf der anderen Seite interessant zu sehen sein. Wie können diese harten Rapper das jetzt konkret auf einen Gegner ummünzen in den kommenden Runden? Ja, ich glaube, Runde 6. Swenovic und Tide, das sind die zwei Leute, die eigentlich weiterkommen müssen. AKH fand ich auch interessant. Also der Song ist super krass fehl am Platz in diesem Turnier. Das ist ja mehr so ein Club-Song, K1-mäßiger Swag. Das wäre natürlich auch interessant sein, so einen Typen dann im Battle zu sehen. Also wie gesagt, bis jetzt haben wir mehr so Songs von den Leuten gehört. Manche haben schon angedeutet, was sie im Battle-Kontext zu bieten haben. Andere haben sich jetzt eher dazu entschieden, mit einem guten Song die Leute die Votes auf ihre Seite zu ziehen, was auch nicht blöd ist, weil hier geht es erstmal um Voting, um dann in der nächsten Runde zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ich glaube, da ist so die ein oder andere Überraschung mit dabei. Ja, ich glaube, die Top-Favoriten für mich auf den Titel jetzt sehr früh im Turnier sind. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ja, ich glaube, ich warte bis zur achten Runde. Ja, das sind jetzt acht Qualifikationsrunden. Das heißt jetzt die sechste, siebte, achte. Danach melde ich mich wieder nach der Qualifikationsrunde. Dann ist klar, welche Leute mit dabei sind. 24 Rapper werden bis dahin weitergekommen sein. Und die 24 Rapper werden dann quasi im K.O.-Duell gegeneinander gelistet. Ja, und dann werden wir uns das anschauen. Und nach der Qualifikationsrunde werde ich euch sagen, wer für mich der Favorit ist. Ich habe so vier Leute, würde ich sagen, im Auge, die für mich, ja, die zwei, also es fehlen ja noch zwei Runden, siebte und achte. Aber von diesen sechs Runden, die draußen sind, habe ich vier Leute im Auge, wo ich denke, die werden das wahrscheinlich unter sich ausmachen. Aber warten wir nochmal die nächsten Runden ab. Bis dahin. Schreibt mir in die Kommentare, wer euer Favorit ist. Ja, was haltet ihr von dem Turnier bis jetzt? Was glaubt ihr, wer hat die größten Chancen, das Ding zu gewinnen? Und was haltet ihr von dieser Chivo-Sache, der rausgeflogen ist? Ja, wie hättet ihr reagiert? Findet ihr das genauso krass wie P.A. und ich, dass J.N.H. weitergekommen ist mit einem doch eigentlich recht schwachen Song? Und Chivo mit einem ziemlich starken Song im Kontext von diesem Turnier rausgeflogen ist? Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, HipHop.de, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wahrscheinlich die Tage bei 7000 Grad, neue Themen, Real Talk des Grauens. Ja, vom Feinsten mit Toxic und Anita kommt die Tage online auf den Channel. Bis dahin, wir sehen uns, HipHop.de, Aria, ihr wisst Bescheid. Peace!